Hör auf meine Fans zu verprügeln, du! Deine Fans? Das hier sind meine Fans, okay? Die hab' ich so lieb, die überfahren mich sogar! So, komm, steig ein, bro! So, jetzt, äh... Alter! Haben wir's jetzt? Wunderbar! Ähm... So, ähm... Gut, äh, komm, Dieter schnappt man's noch! Ah, bist du! So, was machen wir jetzt, ähm... Ich guck mal in Saints Book, wer denn das? So, ähm... Können wir machen noch nen Attentat? Finde ich gut, ich mach' einen Attentat! So eins zum Beispiel! So... Also ich bin da viermal machen noch... Ähm... Spricht dich aus! Den Lieutenant... Nee, komm, den DJ Enikmus machen wir jetzt mal! DJ Enikmus... Ah, da war ne Bandoperation! Was? Die machen ja fast auf! Ja! So, wo geht's denn hier rein? Ähm... Sooo... Der Bandoperation... Ist denn auch Dings, ähm... Güter! Güter! Sehr schön! Drogenpaket gefunden! Ich sehe den Mächtenleben leider nie! Ja, komm, die knüpfen wir uns mal vor! Komm doch... Ey, es kommt doch an, wo du hingehst! Ja, okay, aber das ist einfach so auf dem Boden liegt, so umsonst, das wär schon ne Goldkrone! Komm! Man zieht euch! Ähm, ich bin gleich tot, aber egal, du schaffst es schon! Ich auch! Äh, ja, ich bin auch fast tot! Wow! Monotorff! Monotorff! Ich versteck mich mal! Ich suche mir mal ne hübschere Waffe raus! Oh, jetzt kommt Upschrauber! Oh ja, ich merk's! Fuck! Ich musste mich mal irgendwo... ...irgendwo verstecken! Oh, ich bin gleich tot! Hilf mir! Hilf mir! Ja, Moment, Moment, Moment! Ähm... Wo bist du? Gut, hilf mir! Hilf mir! Ich lieg hier! Komm her! Moment! Sind da noch Gegner? Nein! Komm her! Ja, doch, schon! Ein Haufen, aber... Hilf mir! Alter! Ja, ich helf dir ja schon! 15... 14... 13... 12... 11... 10... Von wegen Gegner, sind alle tot! Lauf einfach! Ach, da oben sind die! Die hab ich nicht getroffen! Die kann nicht mehr sprinten! Komm schon! Rettung in letzter Sekunde! Zwei Sekunden noch! Alter! Okay, deine vorletzte Sekunde ist auch gut! Ey, komm, ich hab hier zwei Predator-Raketen drauf abgefeuert! Wie könnte ich da alles verfehlen? Ja, ich hab's gesehen, aber... So! Ergeblich lebt hier noch was! Ah, das da! Andere Operation eben noch nicht geschafft! Was soll denn das? Oder haben wir sie schon? Kann es sein, dass du aus dem... Kann es sein, dass du aus dem... Nee, ich glaub, wir haben die schon! Nee, aber kann es sein, dass du aus dem Gebiet rausgeraden bist, als du dich versteckt hast? Ja... Aber wir dürfen doch... Einer von uns dachten, oder? Nee! Ah, scheinbar nicht bei einer Operation gescheitert, da! Oh, da hinten ist noch ein Fettidi-Fett-Fett! Jo! Äh! Wow! Hups! Was war das? Ja, da kommt her! Ich hab' den Clash-Bang geworfen! War uns das Auto in die Luft geflogen? Alter, lauf! 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 Ich lauf! Ja schon! Ich geh' nach Hause! Oh, hier ist die Cathedral! 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 Alter, das ist so gut! Cathedral! Cathedral! Können wir da rein? Nee, leider nicht! Ich hab's schon probiert! Alter, der wirbt mich hier mit Morningstar, äh... Ja, der wirbt mich mit Morgenstern ab! Mit seinen eigenen Leuten! Oh, hier muss irgendwo in... Ah, nee, ist mal Werbung, schade! Ich dachte, hier wär' ein Shop irgendwo! So, wo seid ihr denn? Ihr Lappen! Ich glaub' wir haben hier irgendwie den Zorn der Morgenstern auf uns gezogen! Ja! Jegliche Gewalt, die wir jetzt ausüben werden, wird nur in noch mehr Gewalt münden! Das heißt, kämpft! Kämpft! Lauf, mein Freund! Spring! Ich will da nicht runterspringen, sonst bist du tot! Ich bin quasi, ja... Lauf, lauf, lauf! Ich seh' dich, lauf! Fuck! Ich halt auf den Heli! Okay, hier ist doch irgendwo... Ah, nee, da kann man nicht rein, wenn man Gebäude kauft, gell? Ach, scheiße! Stinkt in! Ich hab' das stinkt in gekauft! Äh, nein, 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 nein! So! Au! Ich hab' den Heli fast! Komm schon! So, so riecht euch jetzt nicht mehr! So, wo ist denn mein... Da! Wo ist denn der Heli? Da oben! Ja, du hast ihn! Oh, du hast ihn! Gezeichnet! Ups! So, da ist noch ein Morgenstern! Ah, fuck, ich muss nachladen! Lol, ist dieses Ding geil! Dieses, dieses DLC-Gewehr! Das ist... Mama! Macht's doch Spaß! Was? Das... Das Sniper-Gewehr! Ja, das ist diese... Dieses... Dieses Sniper-Assault-Rifle! Das hätte ich wirklich ne Sniper! Alter! Oh, die Polizisten waren auf unserer Seite! Scheiße! Ups! Ja, waren sie! Jetzt nicht mehr! Huch! Wo ist denn der Heli? Ah! Ja! So, komm, den haben wir gleich! Au! So, komm, den rüber runter! Oh, ist gezeichnet! Gut gemacht! Zum Beispiel! Wir sind übrigens viel zu leise! Wir reden zu wenig! Reißen zu wenig Witze! Dieses Let's Placing! Das ist in der Qualität! Das ist voll schlecht! Wir sind viel zu konzentriert! Wir sollten einfachere Dinge machen! Stimmt! Ähm! Aber Leute! Ab einem... Zum Beispiel! Zumindest in dem Game! Ja! Stimmt! Na dann machen wir weiter! Ich glaube wir sollten mal ähm... von hier verschwinden irgendwo in ein Gebäude das uns gehört! Ja! Und dann sollten wir mal irgendwie was lustiges weitermachen! Oh! So! Was will der da? Das ist der gleiche wie eben! Ich weiß es nicht! Komm, steig ein! Steig ein! Steig ein! Ja! Nicht eine Runde drehen! Komm, der Typ! Ja! Ja! Lauter mich überfahren! Was tust du denn? Ausgezeichnet! Fah! Oh Gott! Oh! Oh! Sackgasse! Wo die Kinder sind nicht irgendwo hin? Hinter uns! Hinter uns! Hinter uns! So! Habe ich so schön hier in der Finte geführt? Ja! Hahaha! Ich bin so genial! Habe ich jetzt mal in die Sackgasse weil der fette Typ da jetzt eingerannt kommt! Was? Wer? Ich weiß nicht von wem du redest! Den du grad eingefahren! Weißt du die, die ich hier alle überfahren hab? Die fetten Typen! So! Wir müssen jetzt irgendwo rein in irgendeinen Laden! Da wäre ein Tattoo Shop gewesen! Ah! War zu spät! Ähm! Vielleicht sollten wir allerdings genau was kaufen! Aber das zählt ja nicht! Ähm! So! Den sind wir los! Da ist was! Da kommen wir rein! Unser Planet Saints! Unser Planet Saints! Unser Planet Saints! Und aus dem Weg! Aus dem Weg habe ich gesagt! Ich will hier rein! Los! Lauf! Puh! Gut! Dann schauen wir uns mal rum! Sollen wir mal einen Auftrag machen oder wollen wir noch irgendwie cruisen? Ah! Wir wollen noch einen Attetat machen, gell? Den äh! Nämlich den DJ! Wo ist er denn? Da! Also ich hab's sogar noch mal gehört! DJ Enigmus! Diese DJ Puss und Tussi muss aufhören! Ich halte es nicht mehr aus! Dieser Trance-Schrott, den Enigmus will schalt meinen Groove! Vergib nicht nach Zalando und lass etwas K12 aus seinem Radio ertönen! Das wird sie rauslocken! Lol! Wie geil ist das denn? Gut! Tja! Dann müssen wir mal in irgend so ein Gebiet dahinten! Nämlich in das da! Wir nehmen uns einfach mal das Auto hier! Ja! Ich kauf mir hier noch kurz! Warte mal kurz! Ja ja! Mach ruhig! Ich fahr schon mal vor! Ja! Tu das! So! Jetzt hier links rein! So ein paar kleine Gadgets hier! Ich fahr vorbei und die Leute fangen halt zu stöhnen! Das ist schon irgendwie... Gefällt mir! So! Oh ja! Das glaub ich dir! Wo muss ich überhaupt langen? Schauen wir mal genauer! Kart T! Oh! Das ist ja noch ein gutes Stück! Hätte ich mir mal was hübscheres holen sollen! Als Auto! Statt diesem fetten Truck hier! Äh! Ich hab ja was schnelleres genommen! Ja! Dann wirst du mich wohl äh! Relativ bald einholen können! Aber ich hab schon so viel Vorsprung! Außerdem bin ich allmächtig und du nicht! Also... Oh! Und ich wollt doch äh! mir neue Waffen kaufen! Also neue Muni! Ja! Muss ich auch mal machen demnächst! Wobei es geht eigentlich noch! Ne! Ich hab keine Tintenfische mehr! Ohne Tintenfische geht da gar nichts! Munition! Reaper! Hey! Ich hab das Spiel damals durchgespielt! Ohne Tintenfische! Komplett ohne Tintenfische! Was?! Ja! Es ist unmöglich! Du lügst! Natürlich ist es möglich wenn man normal spiegelt! Nein! Ähm! Lieber nicht! Nehmen wir da! Ähm! Ne! Ne! Was nehmen wir hier? Die gute MP haben wir schon! Da haben wir das Zeug! Da haben wir das Ding! Was sowieso mal das Beste überhaupt ist! Obwohl die Hiomatic lass ich mal weg! Ich nehm lieber die Blink-Schrotflinte! Und dann, äh, verlassen wir diesen Ort mal wieder! So! Jetzt kommens! Was? Jetzt schon? Du hast es schon angelockt! Jep! Das sind drei Stück! Was? Das sollte doch nur ein DJ sein! Ja! Ja! Aber das ist ein Dubel! Ja! Ja! Ja!